so heute befinden wir uns im hotel zollernblick bei freudenstadt und es ist samstag vormittag wir werden gleich aufbauen und nehmen die location erst einmal in augenschein wie die tischordnung ist wie viel platz für die musik ist wo die stromanschlüsse sind und welches equipment wir für diesen platz hier benötigen werden es sind circa 105 personen und da werden wir mit licht und beschallung sparsam umgehen müssen um auch noch tanzfläche für gäste zu erübrigen alles ist bereits geschmückt und dekoriert wahrscheinlich kommen noch stuhlhosen dazu damit alles noch festlicher wird und bis in einer stunde werden wir den ersten soundcheck machen danach gehen wir zur trauung heute mittag in lombach und lassen uns von einem wunderschönen abend und einer schönen feier überraschen